Jopp. Okay, dann. Was sagt denn das Logbuch? Ich habe das Element der Erde gefunden. Ja, wir sind schon ein Stück weiter, Mädel. Feuer? Luft? Nö. Irgendwie steht hier noch nichts von Wasser. Vielleicht musst du erst rausgehen. Das hat sie noch nicht gescheckt. Okay. Die Elemente an Karias. Elemente. Elemente. So. Und jetzt musst du, meine ich, da im Süden. Zu dieser komischen einen Burg, die so sternförmig aussieht. Wieder zurück zu Chantal. Jetzt sind hier wieder alle. Shakira, wie auch immer. Shakira. Waka waka, ey ey ey. Tja, wurden wir wohl gestern Weltmeister, hä? Hm. Krasse Scheiß. Krass. Ach, wie ich immer wieder reinlaufe so. Zeig mal. Ja, ganz darunter. Äh, genau. Aber ich weiß gerade nicht. Ich soll mal schauen, ob man da auf eine schnelle Art und Weise hinkommt, oder? Hm. Äh, sie läuft gerade nicht jetzt. Danke. Okay. Hier sieht's schön aus. Ich laufe mal noch hier drum rum. Gibt nicht. Okay, also du musst einfach nach Süden laufen. Ach, wie nervig. Dann nehmen wir mal den Andertiker mit, glaub ich. Und da ist ja auch irgendwo in der Nierenportal dann. In der Hauptstadt, äh, also nicht Hauptstadt, also in der Stadt da. Okay. So Pferd, komm. Nicht im Kreis rennen. Komm. Hallo. Es ist verwirrt. Es verpflegt sich selbst. Ja. Es springt und klatscht. Nein. Tagesmarsch nach Süden. Oh. Wobei an all den Spinnen... Nein! Sie halten mich fest. Das ist nicht die Spinnen, ey. Die da. Die da. Die Babos. So, kein Thema. Überlebt der Andertiker jetzt auch noch. Weg hier. Ich hab mir ja jetzt, als ich mir die Weltkarte nochmal angeschaut hab, dann nochmal, nochmal geguckt, wie groß die Karte bei Underworld war. Und die war ja fast doppelt so groß nochmal. Ja, da ist da im Norden nochmal extrem viel dazugekommen. Krass. Hab ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern können. Da ist man ja ewig beschäftigt. Jupp. Wobei ich mich auch storytechnisch gar nicht dran erinnern kann, was da noch an Inhalt dazugekommen ist. Okay. Ich bin mal davon abgesehen, dass ich mich an die Story von Circuit 1 auch kaum noch mehr erinnern konnte, aber... Ne, Addons hatte ich nur von Guild Wars 1. Aber da hatte ich dann auch alle... Die waren toll. Die waren viel schöner als die normalen. Hat so eine asiatische Welt und so eine afrikanische. Das war voll cool. Ich war am liebsten die Assassine. Die war schön schnell mit ihren Klingenwaffen. Sag mal, die sehen hier nicht so gesund aus, ne? Alter. Was sind die modifierten Zombie-Kühe? Hab ich da vorhin erzählt. Oh mein Gott. Ich hasse Spinnen einfach. Jetzt steigt die ab wegen Gold. Ich glaub, es geht los. Und du hast ja jetzt auch Pokemons angefangen. Ja, ich hab sogar nochmal neu gestartet, weil ich doch meinen Charter so doof fand, ja. Den hast du jetzt genommen, den Frosch? Ne, das Feuerfuchstier. Fennekin? Ja. Ne, Pfingst, also auf Deutschland. Ich find zwar auch, dass davon die Entwicklungen doof aussehen, aber ja. Das find ich irgendwie bei sehr vielen von den neueren Pokémon. Kommen wir mal an. Ja, also bei den Startern haben sie sich wirklich nix... Nix cooles einfallen lassen, wie es mal finde ich. Sie sehen eigentlich alle hässlich aus. Wobei, fünfte Generation, ich überleg gerade. Da war das Schwein eigentlich auch relativ cool noch. Aber da war der Otter irgendwie seltsam, fand ich. Den kennst du aber wahrscheinlich gar nicht, ne? Ich überlege gerade. Ich glaub, ich hab's schon mal irgendwo gesehen. Es ist erst so ein kleiner Otter, dann ein etwas größerer Otter und am Ende ist es so ein... Ja, ich weiß nicht, was es sein soll. Es ist eigentlich ein... Äh, ja. Ein Seehund oder sowas in der Richtung. Klingt aber prinzipiell niedlich. Ja, aber die dritte Stufe sieht irgendwie... Passt überhaupt nicht zu den... Oh. Da ist Rosalinde wieder. Rosalinde. Ganz viele Rosalindes. Ich freu mich ja so sehr auf Alpha Saphir. Wegen meinem Starter, das ich dann haben werde. Spritze. Spritze. Das wird fantastisch. Oh, ich wusste, ich hätte dem Weg folgen sollen. Das ist hier Wasser, das ist schlicht. Beziehungsweise ja, Wasser in Anführungszeichen. Brühe. Spritze. Spritze. Spritze ist hier. 1a Spritze. Wahrscheinlich hätte ich auf der anderen Seite entlang gehen sollen. So ist das immer. Da wird schon irgendwann ein Brücke kommen. Ja, da bin ich auch drauf ganz spannend, was da jetzt so an den neuen Inhalten kommt. Oh, da ist die Brücke. Sehr gut. Bei Alpha Saphir und Omega Rubin. Ja. Ich habe ja die Originale nicht gespielt, von daher. Oh Gott, jetzt muss ich absteigen. Ja doch, das Original habe ich gespielt. Das war sogar eigentlich meine Lieblingsedition. Oder Generation, ist da gesagt. Und dritte. Habe ich noch mehr gespielt als die erste und zweite. Die vierte war dann wieder so, mäh. Hm. Das war so die Phase, wo man Pokémon eigentlich nur gekauft hat. Oder ich nur gekauft hat, weil man vorher auch gespielt hat. Aber so wirklich toll fand ich es in dem Moment nicht. Ich habe das, ich war am Wochenende bei meinen Eltern und habe das da gespielt. Und dann meinte mein Papa nur, was spielst du denn da? Meinte ich, Pokémon. Bist du nicht ein bisschen zu alt dafür? Nein. Du bist nie zu alt. Niemals. Ja, ich hatte bei dem einen Insanity Sale, bei dem ich mitgemacht habe, habe ich ein Bisazam T-Shirt bekommen. Mhm. Das war schön. Ja, momentan haben die irgendwie alle nicht so coole T-Shirts im Angebot. Hier so QWERTY und was auch immer. Ja. Ich gucke immer jeden Tag noch bei Yeti und T-Fury. Ja, da gucke ich auch. Aber da war bislang jetzt nichts so, wo ich sagen würde, das ist jetzt mein Fandom. Eine Freundin von mir hat ganz viele Threatless Shirts. Ja, die sind so teuer. Ja, aber die sind so toll. Die hat auch das mit den Kühen, mit den grünen Kühen, mit dem Mond. Hä? Ne, das T-Shirt ist grün, nicht die Kühe. Das T-Shirt ist grün und da sind Kühe mit so einer Mondlandschaft, voll schön. Okay. Ne, sagt mir nichts. Aber die T-Shirts alleine kosten ja meistens schon 25 Euro und dann musst du auch noch die Versandkosten bezahlen. Ja. Mega übertrieben teilweise. Ist ja doch immer eine Frage der T-Shirt-Qualität. Mhm. Ja gut, klar. Also das bei QWERTY war jetzt auch nicht die super Qualität. Ja, es kommt immer drauf an. Die sind sehr unterschiedlich, je nachdem was für eine Farbe das Ganze hat. Mhm. Und ja, ich hätte bei Threadless gerne dieses T-Shirt, wo dieser Dino drauf ist, der diesen Regenbogen kotzt. Ja, das ist auch schön. Der ist super. Also ich habe gemerkt, dass irgendwie die T-Shirts bei QWERTY, die schwarzen passen total gut, die hellblauen sind irgendwie zu groß. Grün ist riesig, beziehungsweise hat keine Taille, also das sitzt ein bisschen strange. Okay. Und ja, die haben halt irgendwie immer unterschiedliche Stoffe, je nach Farbe. Wo darf ich denn eigentlich hin? Braun ist noch ziemlich gut immer. Und grau. Grau sind, glaube ich, meine Lieblings-Shirts von denen. Haha. Die sitzen gut. Ich glaube, braun war das jetzt, was ich hatte. Das ist ja dieses mit Link drauf. Ja, das habe ich auch. Der in den Cartwheel Giant pustet. Jawoll. Das ist so eher dunkelbraun, würde ich jetzt mal sagen. Jaja, das sind die. Ich hatte mir noch bei, ich glaube Yeti war es, da war so ein süßer kleiner Link, der auf so einem Bär reitet. Das war so niedlich, das habe ich auch noch bestellt. Mhm. Und die Cornetto Trilogy habe ich letztens noch bestellt. Ah, so viel. Ja, da ist ein Shiny, ich weiß, ich gehe nicht hin. Ha. Fuck da, Police. Hier muss irgendwo auch noch ein Portal sein, in der Nähe von der Stadt. Okay. Ich sehe schon die Mauern, aber ich weiß noch nicht, wie ich hinkomme. Guck mal auf der Karte, vielleicht siehst du da irgendwie so grob den Blick. Ja. Ja. Scheiße, jetzt rade ich hier gerade über mein Headset-Kabel. Nein. Jetzt muss ich nochmal rüberrollen. Mach's nicht kaputt, so wie Loudings. Ja, nee, hat jetzt geklappt. Gut. Links oben steht ein weißer Fleck. Aber ich ignoriere den jetzt mal, da ist irgendeine Person, die was von uns will, obwohl ich die Karte da noch nicht aufgedeckt habe. Mhm. Guck mal, hier sieht's schön aus. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Dann gehen wir mal zu unserem Quest-Buch. Wenn ich mich nicht täusche, muss ich hier das Missionsziel befinden. Ja, ist wirklich fancy hier. Ja, ist schick. Und das ist dafür, dass es so in der Sumpfgegend ist. Sternenthal oder irgendwie, so weiß ich das mal. Burgsternenthal. Guck. Guck. Kann ich nicht lesen, weil das Ding drüber ist. Sternenthal. Guck. Das Portal hast du angekriegt? Guck mal. Nee, wo ist es? Da oben auf der Karte. Wo wird's eingezeigt? Echt? Tatsächlich, ich bin dran vorbeigerannt. Mach ich mal noch schnell. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Äh, wo waren wir jetzt gerade eigentlich stehen geblieben? Mir würde mal so etwas erzählen. Ich hatte noch von T-Shirts geredet. noch. Scheiß drauf. Upsies. Fällt mir schon irgendwann wieder ein. Da. Zack. Da. Mir fehlen nur noch zwei Portale. Ebenen von Urkuk. Da warst du glaub ich gar nicht in der Ecke. Ich glaube, da waren wir sogar während dieser Aufnahmesession. Zumindest hießen irgendwelche was mit Urkuk. Irgendwelche Gegner. Wenn du auf die Karte gehst, das ist gleich unten in der Wüste. Achso, okay. Aber hier hießen Gegner auf Urkuk. Ja, aber ich glaube, das ist trotzdem. Ich gehe nochmal weiter westlich. Bei mir hast du dich noch nicht bewegt. Noch weiter im Westen. Hier ist Urkenburg. Ne, Westen. Da unten links, da wo das Buch ist in der Ecke. Ah, okay. Muss das sein. Da ist das da. Das kann sein. Da ist das rote Buch gewesen. Ich dachte, niemand sieht es. Tja, die wurde vom Drachen gefletscht. Blöden Trissida. Sie ist auch immerhin gerannt. So, das ist die Shakira. Sie liest selbst vor. Oh, okay. Okay. So, okay. Beschwerde und Wandung aus dem schwarzen Buch von Saqqara. Sobald wir das Buch und das fünfte Element haben, träfft sich in der Folge Valorsk in Burkom. Alles klar, Buch und fünftes Element. Warum genau mussten wir dann jetzt hier in dieses Dorf da, oder in diese Burkom, wenn die uns nur sagt, dass es zu spät ist? Ja, das ist ne gute Frage, aber das nächste Ziel ist Gott sei Dank nicht allzu weit. Die Olle. Shakira. Die Olle Vertilgerin. Ach, ja. Die Quest, und ja, kann ich dann demnächst mal wieder machen. Haben wir jetzt noch zwei Minütchen. Ja, da kannst du dich noch ein bisschen umgucken und besser nehmen. Hier ist echt schick. Ja. Das ist jetzt auch nicht mehr viel. Fast geschafft. Das ist auch gut so. Ich werd auch ein bisschen Tempo geben, sag ich gleich schon mal für die Zuschauer. Weil ich das wenigstens schon gerne abgeschlossen hätte vor Seiko 3. Mal gucken. Oh, da ist ein Drache. Vielleicht zwei Wochen oder so, würde ich jetzt mal tippen. Brauchst du noch? Ja, das ist ja dann ganz gut. Die sind ja nett. Man sieht ihn leider nur da unten am Rand da. Ist einfach nur ein Zoo, glaub ich. Ach, niedlich. Ihhh. Ihhh. Jetzt kann ich gar nicht näher gucken. Doch. Ist wirklich voll der Zoo, krass. Widerliche Spinne. Und irgendwann brechen sie alle aus und dann ist das Geschrei riesengroß. Ja, dann werden alle gefressen. Geil. Boah. Ah. Ja, ich nehm mal wieder den Sackgassenweg, ne. Ist geil. Klassiker. Just cut the things. Sie hatten da so ein Lasso. Achso, das ist gar kein Lasso, das sind Sprechblasenmollen. Das wär auch mal schön. Komm, wo das Lasso grau ist. Weil hier ist jetzt schon wieder mehr so ein Fick. Dann geht's jetzt demnächst auf ins dunkle Land. Schadalur. Spannend. Gehst du, wie heißt die nochmal? Lilo? Ne. Ja, ich hab auch dran gedacht. Guck mal, die haben Pferde. Alter Schwede. Multipass. Mächtiges Badabun. Bzzz. Auch ewig nicht mehr gesehen im Film. Vielleicht kommt dann ja auch der Bruce, wer weiß. Mhm. Der dunkle Elf, ne. Ja, genau. Ja, voll die Erleuchtung gewesen, dass das von denen synchronisiert ist. Die sind schon wieder ein bisschen stärker jetzt hier, ne. Dauert ein bisschen. Wobei die Synchronsprecher bei Sacred 2 sind auch ganz bekannt. Echt? Die Seraphim hat die Synchronsprecherin von Buffy. Geil! Ja, aber die Seraphim, ne? Ja, leider. Oh, wie ärgerlich. Das hätte ich jetzt richtig cool gefunden. Meine Freundin und ich machen ja immer Buffy-Marathon. Gucken alle Staffeln nochmal an. Ich weiß gar nicht, bei der Triade musst du mal gucken, wer das war. Sehr cool. Soll ich mal schauen, ob ich das rausfinde? Ja, machen wir. Die deutsche Stimme von Jodie Foster. Oh, cool. Also. Das ist auch schön. Ich mag Jodie Foster. Hansi Jochmann. Die spricht auch ganz viele Hörbücher. Cool. Ja, ich würde sagen, hier mal ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten. Und diesen Stein werde ich erst am Montag anfassen. Oh. Ja, alle vielen, vielen Dank, dass du uns hier weitergeholfen hast. Ein riesen Stück Wegstrecke haben wir geschafft. Ja, bitte, bitte. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Spätestens bei einem anderen Circuit werden wir uns wohl wieder sehen. Genau. Supi, dann noch ein schönes Wochenende euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.